Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF 2 Achtung, Brandschutz, Containerbrand zum Start der Woche Naja, was willst du machen, ne? Der biegt natürlich trotzdem ab, der Grüne hier Naja, die Woche wieder zwei Ähm, äh, folgen Notruf Und, ähm, ja Das ist der erste davon mit dem ersten Einsatz Abfallcontainer, Brandschutz, die 6 und einmal die 9 Äh, da brennt's, ah, da glaub ich war ich schon mal Low Skates So, wir müssen gar nicht absparen Kann ich jetzt Mittlerweile Ne Ich bin, gestern hab ich gezockt, ne? Da bin ich in den Rang aufgestiegen Und, ja, ich weiß nicht, was neu ist Ich kann die Pumpe immer noch nicht bedienen Ich kann immer noch nicht nachalarmieren Mal schauen Was, äh, ich hatte gestern ein paar neue Einsätze Oder, die ich noch nicht kann, ne? Zwei Stück Hab ich gestern ein bisschen gespielt Naja Dann schauen wir dem jetzt ein bisschen beim Löschen zu Bevor wir wieder einrücken Aber der braucht wieder Jahrzehnte dafür Für so ein paar Pfalcontainer Naja Währenddessen kann ich euch sagen, was die Woche alles kommt Und zwar könnt ihr euch freuen Auf Heute Notruf Morgen Euro Trax im Lade Übermorgen Notruf Donnerstag und Freitag Minibron Samstag und Sonntag Unsere Firma Äh, in Minibron hab ich irgendwann mal gesagt Dass wir eventuell COD spielen Aber Das hab ich verworfen Weil ich doch mehr Lust hatte auf Notruf gerade Deswegen spielen wir Kommen zwei folgenden Notruf Ja Stellen wir uns hier wieder an die Einbaupumpe Und Kontrollieren die Morgen Weiter Schließe Fahrzeugrolltür Und Abfahrt Zurück Zur Feuer- und Rettungswache Mühlheim Kommt keiner Können wir weiter So Fahren wir natürlich Hintenrum rein Damit wir nicht an diesen 25 Ampeln stehen bleiben müssen Na, das sind hier die Geheimtricks für alle Die kennen alle Die Notruf hier Suchten Ja, suchten Ja, weniger Aber Mehr spielen als andere Ja, die Freude ist groß auf den zweiten Teil Äh Es gibt aktuell immer noch keine neuen Informationen Es gibt auch noch kein neues Fahrzeug im Showroom Geschweige denn eine Demo Gibt's auch keine Heißt Wir werden uns noch ein bisschen weiter hier mit dem ersten Teil vergnügen müssen Aber Da hab ich mit euch Auch kein Problem Weil Ist trotzdem ein schönes Spiel, ne? So, dann warten wir uns hier mal auf den zweiten Einsatz Ähm Ja Da gehen wir erstmal wieder hoch zu seinem Stuhl Und warten da einfach mal ab Ich muss echt sagen Notruf ist das Projekt auf meinem YouTube-Kanal Was am besten läuft Finde ich cool Weil mir macht das auch Spaß Und ich freue mich auch riesig jetzt auf den zweiten Teil Boah, wenn der kommt Ersten zwei Wochen nur Notruf Ne, ich übertreibe glaube ich wieder maßlos Aber wir werden auf jeden Fall Notruf viel weiter spielen dann Der zweite Teil wird bestimmt richtig geil Ich freue mich da echt schon richtig 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 krass drauf Aber Das wird noch ein bisschen dauern Naja Das heißt, wir warten jetzt erstmal auf den nächsten Einsatz Ich hoffe, es wird kein KEF-Einsatz Weil gestern habe ich zwei KEF-Einsätze gespielt Und die sind wir beide Abgekackt Und wir haben ein PKW-Brand Wir spielen den Gruppenführer Oh Gott, wo ist denn der? Ja, Gruppenführer habe ich glaube ich schon ganz wenig gespielt Ich habe in letzter Zeit, wenn ich privat gespielt habe, viel den Einsatzleiter gespielt Wenn ich konnte Äh, Gruppenführer habe ich aber nicht gespielt So Dann warten wir mal, bis die uns losschicken Und dann können wir eben eins ein bisschen angeben Und Äh, ich hoffe, dass die Einsatzfahrt nicht allzu lang dauert Und ab geht's Fahr mal los LF24 Bin ja auch schon länger nicht mehr gefahren, muss ich sagen Äh, letzte Zeit 4 TLF Kein Äh LF oder ähnliches DLK auch Äh, der eine Baumzeiger ist, hat es sehr schief ging Da ist das KEF umgekippt Äh, obwohl Es von der KI gefahren wurde Ja, beim anderen ist es dann Auch rumgekippt Das war, was war das? Türöffnung, glaube ich Aber, naja Was willst du machen? Meinst du, man kann als Beifahrer auch hier rumdrehen? Drücken, aber ich glaube eher weniger Oh, Polizei ist schon vor Ort Das heißt Unfallstelle ist schon abgesichert Dann kümmern wir uns Dann gehe ich erst mal erkunden Und dann Werden, sieht so aus, als würden wir über den schnellen Griff Loslegen Ähm Ja Ähm, Löschangriff über Schnellangriff Übers S-Rohr Gut, dass ich mich reingesetzt habe Da bleibt mal wenigstens trocken Wenn der Praktikant hier daneben schießt Naja Im zweiten Teil hätte ich die So Abrücken, Männer Beenden Ähm Im zweiten Teil hätte ich Wahrscheinlich Umgeparkt Und hätte das LF Vor das Fahrzeug gesetzt Damit eben das nicht passiert Was gerade passiert ist So Warten wir noch kurz Bis die alle hier Einsteigern Let's go Zurück zur Wache Und dann schauen wir mal Was im nächsten Teil so abgeht Ich hoffe, dass kein Ähm Käferinsatz kommt Da habe ich jetzt echt Eher weniger Lust drauf Aber naja Man kann es immer Schlecht Ähm Vorhersagen, was kommt Ab und zu klappt Aber nicht immer Also was cool wäre Wäre im nächsten Teil Ein Wohnungsbrand Und eine Ölspur Mit dem LF Des Darauf hätte ich Bock Gut Äh Fahren wir erstmal zurück Ne Also Seht ihr ja Ha Na ja Fahren wir mal weiter Da Gleich sind wir ja da Gleich Hemboss So hier Gruppenführer Ist auch cool Ich finde eh im Moment So einsatzleiter Ein Gruppenführer Kann man schon Ein, zweimal spielen Weil Macht es im Moment schon Bock Sonst spiel ich eigentlich immer Maschinist viel Und jetzt spielen wir mal ein wenig Hier D Die, die wohl es sagen haben Hier Und Nächste Folge können wir mal ein wenig Schlauchdrupp spielen Oder Wassertrupp Also mal ein bisschen was anderes Was man sonst nicht so oft spielt Man spielt eigentlich mal Ich finde man spielt meistens Maschinist Einsatzleiter Gruppenführer Und ab und zu Angriffsdrupp Also Wassertrupp Und Schlauchdrupp Eher weniger So Da ist unser Bericht Und deswegen würde ich sagen Was sind wir uns denn zwei einsetzen Zwei etwas kleinere Aber trotzdem schöne Einsätze Zwei kleine Feuer Und deswegen würde ich sagen Sehen wir uns das nächste Mal wieder Bis dahin Ciao